Moin Leute, Waske, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ja, diesmal ist es ein Projekt, es war Marvel Spider-Man Miles Morales. Ähm, ja, ich musste gerade, ähm, halt nochmal neu aufnehmen, weil es ja einfach nicht aufgenommen hat. Und ja, jetzt ist es, ist die Mission zu Ende und ja, jetzt nimmt es erst auf. Und ja. Zallang, Krieger, Leiter der Forschung bei Rakset. Ich bin in Berlin. Gleich når es. So einllyk Martin und Peter, hab schon, 10, nee, nicht 10, 3,5 Speichersteller um nicht, aber nicht auf, sondern geschickt hat aber einfach, aber nur gemacht, aber nicht jetzt wird es. Also doch, ich bin gesagt, ich bin docte mit dem Film, von Schwung, Spiele. Ja. Vielleicht verschwinden wir und überlassen das der Polizei. Ja. Ja, okay. Du elektricität. Ich muss zugeben, ich bin neidisch. Hey, Mama. Ich bin längst nicht das Regina. Also testen wir das morgen? Mal die Spannung messen? Oh, Mann. Ja, sorry. Ich wollte es dir längst sagen. Ich bin erst mal nicht da. Die nächsten paar Wochen. Ist das einer von deinen? Nein, MJ ist für den Jugel im Ausland. Und will mich als ihren Fotografen. Es wird eine Art Arbeitsurlaub für uns. Oh, Mann, Mann. Hey, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Heute habe ich echt missgeboten mit dem Helikopter. Aber dann hast du abgeliefert. Du warst meine Rettung, Miles. Ich hatte Glück. Hey, ich habe das acht Jahre ohne Backup gemacht. Und du kannst mir glauben, ich habe viel Mist gebaut. Aber so lernt man. Was ist das? Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst legst du den Eid ab. Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Das war's. Ist das ein echter Eid? Natürlich. So was denke ich mir doch nicht aus. Dann wirst du nichts, Spider-Man. New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Der sau das nicht. Der sau das nicht. Der sau das nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. und jetzt wird begrüßt ich mich noch mal ein willkommen von neuen bieten hier auf meinen Kanal eigentlich nur ein Wünscht Projekt hier auf meinen Kanal und ja es werden jetzt erst mal die Zahlen hier ist bei der Mainz-Gerals-Videos kommen pro Video eine Mission erlaubt ähm ja und ja wie oft will ich ja sein? ich ja okay egal und ja ich kann auch nur ja sein auf jeden Fall ähm wird immer nur eine Mission kommen pro Tag oder so und vielleicht kommen auch noch andere Videos so Abwechslung Minecraft oder was anderes halt ja und ich mach halt so YouTube weil es mir Spaß macht ich mach auch nur, wenn ich dafür Lust habe und und wie ich das jetzt die ganze Zeit auf dem Video wartet und so ich mach halt nur, wenn ich Lust habe und ja ja dann werde ich mich wohl nie gewöhnen hey, da, schau mal Weihnachtsgeschenk von Spider-Man mach's auf Alter zieh mal an ich gebe Deckung ich gebe Deckung was ist? darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? okay okay wie sehe ich aus? das ist die Hälfte des Geschenks das ist die Hälfte des Geschenks das ist die Hälfte des Geschenks sag ich dir, wenn ich sie finde sag ich dir, wenn ich sie finde und ja tausend EP okay ähm wir werden jetzt alle meine richtige Emission machen und ja was PS 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 ich werde sogar auch bald noch ein Projekt machen aber weiches Karate auch nicht ja ja und ähm ich weiß ich habe ich habe eigentlich gesagt dass ich ein Meisterprojekt machen werde habe ich aber dann doch nicht mehr gemacht ja und ja ich wünsche euch alle noch mal vor Weihnachten ähm ähm nachträglich ich hoffe ich habe dich frohe Weihnachten oh ja also ich habe einfach voll nasse Gefängel bekommen abonniert denn hier ist neuer die ok ähm hier bin ich auch hier hier okay so wir müssen jetzt erst nicht hier diese an die Kampfmission machen alle hoch geht jetzt ist hoch nice schick weißt nicht freu dich auf deine erste Mann auf die schädige Einheit solche Einheit sind in der ganzen Stadt auf deinem und recht recht mich verletzt weil sie dagegen ist um akkombatische Provisation nimm deine Stadtposition ein Poloträne oh bin bereit Walski Okay, und jetzt so und so. Vielleicht könnte ich eine tragbare Version ausdrücken. Ich weiß, was wir machen müssen, einfach nur gedrückt halten und fertig. So. Ich muss mal kurz schreiben. Dauert kurz. So. So. Und. So, sorry. So. 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 Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Na ja, tschüss. Ähm, ja. Langsätzlich seid ihr. Das war's dann schon mit dem Video. Und... Ich seh mir das an. Ciao. Ciao.